Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Netzplay, nämlich von Mario Kart Wii. Mehrspieler. Ja, das ist das erste Mal, dass wir das machen. Wir fangen gleich auch damit an. Ja, und die... ja, wir beide spielen zusammen. Das ist der, Mehrspieler. Okay. Hallo, ich bin der zweite Spieler. Ne, das ist die Niki Mausi, die neben mir ist. Also, ja, ihr gehört der Kanal und so weiter und ich mach die LPs. Genau und trocken. Nehmen wir Cooper. Mal sehen, wie wir uns zurück anstellen. Wir nehmen natürlich hier den Kamek-Schnaller, weil wir letztes Mal bei 100 CTL auch mit ihm gefahren sind und ja, das ist eben besser. Ja, einfach, das ist schwierig, noch einfach auch eine Karte oder ein Bike, mit dem du gut fahren kannst. Quack, quack, quack. Ja, ich nimm Manuel. Und so? Ja. Ja, du hast Automatik. Ups. Na, ist ja egal. Los, wir werden zur Automatik fahren. Automatik ist schwerer zu steuern. Gut. So, dann fangen wir mit dem Pilzcup an, glaube ich. Ich glaube schon. Ja. Es wird zu voll ausgewählt, keine Ahnung warum. Wir machen 10 Parts. Ja, und mal sehen, wie es so ist. Wie es klappt. Slag, verdammt. Das ist so lange her, dass ich mit dem Gamecube-Player gespielt habe und in dieser Strecke bin ich so abgefuckt scheiße mit dem Gamecube-Player. Mal sehen, wie es wird. Ja, ich seh nicht. Verdammt. Scheiß-Strecke mit dem Gamecube-Player. Ja. Ja. Ich kann natürlich auch über irgendetwas erzählen. Vorsichtig, ja. Nein, genug. Mein Gott. Ist doch nicht wahr. Nicht hier ist, ja. Ach, Mensch. Ja, online geht immer noch nicht, warum, keine Ahnung. Ich würde nicht, die müssen nur neu einstellen. Ja, das muss ja nicht mal klappen. Online kommt dann im nächsten Part. Ja, so der letzte Part kommt dann irgendwann, wenn das online wieder geht, ansonsten müsst ihr warten, solange warten, bis es endlich wieder geht und, ja, müsst ihr gewöhnt haben. Solange geht es mit Skyward Sword und so weiter, weiter, ja. Und wir sind in Führung, what the fuck, wie schlecht sind denn die Computer hier? Ich bin 11 da, weil ich untergefallen bin. Ja, das ist doch nicht so gut. Diese Strecke ist ja auch verdammt kacke mit, hier, wenn man nicht so gut mit dem scharf driftenden Bein fahren kann. Aber, ja, ich habe mich daran gewöhnt und fährt sich eigentlich ganz gut. grabbar. Alter, wer hat eine Banane hingelegt? Verdammt. Ach, ja. O-o, ja. Ah, schön banane. Scheiße. Oh, oh, geil. Nein, we do it off! Nein, Knopf bosa. Nein, geh weg! da hat er alles zu tun da hat er ein Land wir sind noch wo aber das klappt scheiße und dort nur die Hau ab hat er an der Anstelle um ein das war der Schmerz Klobosa gewonnen immer ein nächstes Mal und das Klobosa Ah das wird Klobosa wischen wenn wir nicht reinfahren Danke Klobosa auch bloß rad das ist ein Stern das ist mein Stern gewesen nein ich habe ihn verpasst auch das ist doch nicht wahr naja auch ohne Stern kommen wir weiter ja das Ziel verdammte scheiße Klobosa das kannst du vergessen im Ziel auf den dritten bis zum dritten das ist schon mal ganz ok ja das sieht schon mal ganz gut aus Tja Klobosa hast du Pech gehabt vielleicht beim nächsten Mal so dann nächstes Rennen wurde eigentlich schon mal ganz gut so ja es kann mal wieder spaßig werden es kann mal wieder spaßig werden Scheiß jemand hat einen Stern aber hat uns nicht getroffen Wack ist dir den Panzer einzusetzen Todbettigzelle okay Dankeschön die Gegner sind so fies zu dir warum auch immer warum auch immer sieht eigentlich schon mal ganz gut aus so zweite Runde na los du Elf der neunste Platz Ortsliefer sogar ne 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 so du hast einen Stern ok das ist eigentlich schon mal ganz gut für den Ermittlungsfall was machen die genau hin bei dir schießen dich alle ab die Siegmann starken Passagnen recht langweilig auch Herr Wiesbos wie sollte die es ist es wäre noch nicht geplant weiter bei den Sportsmitglied solche Führer vielleicht kommen sonst geht es normal weiter zweiter ich halte die das geht doch noch nicht das ist mit dem Computer Computer dort wird aus können noch schlimmer strecken ich habe ich nicht geohnt werden so rote im Ziel Alter, wie hat das naja, ich will nicht machen geschafft, auf dem zweiten Platz besser als in der letzten Strecke und Knopfbosa ist auf dem vierten Platz und ja, insgesamt dritter ja, okay so, die nächste Strecke ist SNES ach, die ist doch, komm kann man so leicht erster werden und da habe ich schon mal den ersten Fehler gemacht die ist auch verdammt groß was soll die Scheiße was soll die Scheiße aber mit dem GameCube Player zu spielen ist auch irgendwie in dieser Strecke was geht denn ab, man ich bin in dieser Strecke so gut, aber versagt hier wegen so'n Kack hier okay Luigi aus dem Weg Stier oh mein Gott oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was mache ich denn hier für Kacke boah das ist doch nicht wahr ach ne jetzt bin ich hier so scheiße schlecht, man zwölfter nicht dein Ernst das ist doch nicht wahr, ja, runtergefallen ich bin ein Gott ich bin eins so das ist doch der Pau Block der Pau Block komm so, komm doch, komm doch, du mach doch zweiter Oh, das ist doch nicht wahr. Oh, fuck. Sowieso schon vorbei. Das hier noch so abkackt. Egal. Nächstes ist zweiter Platz, aber... Soll mal der Piepstorste da noch rausgehen. Da kann sich das Blatt entwenden. Der Cooper Cup. Und Peach ist auch noch erster. Nein, Gott. Du bist ja ein dumme Kart. Das stimmt. Verpiss dich, Peach. Geh in die Hölle schmoren. Warte, fern. Hau doch ab, Mann. Oh, wie aggressiv die hier fahren. Oh, Mann. Nur ein Fehler und dann bist du... ...letzter. Mein Gott. Ja, die Peach ist ja auch so ne Zicke. Ja. Ja. Lass uns nicht darum streiten, ob Peach eine... ...miese Fahrerin ist oder nicht. Lass uns einfach weiterfahren. Oder weiterspielen. Ja. So, und jetzt bist du dran. Peach. WTF? Wie ist die... wie ist die den roten Panzer entkommen? Hä? Äh, scheißegal. Halleluja, ja. Oh, mein Gott. Unsere Rival ist ja auch Peach. Oder unsere Rivalen. Na, Daly. Nne, ich hab' dich nicht. Ach, Mensch. Ne, hab' mich nicht. Weil, das ist, das muss eigentlich normal sein. Ich hab' da nichts dran geändert. Bo-Blog. Ey, komm, ich war noch für kurze Zeit in Anruf 1, 1mm. Ich war da. Ich war da. Nö, ey, das war das. Nö, ich war da. so ein fucking millimeter nein wie schon gesagt R1 9 Nein! Ja, blauer Panzer. Stärken Panzer und noch nicht alle. Hey! Noch ein Bowser. Hau ab, was den ersten Platz nicht verdient. Eine rote. Nein, keine. Hier gibt's ja eigentlich alle. Gibt's nach unten. Yes! Perfekt! Perfekt nach unten. In den Abgrund. Oh Gott. Ich denk' bald da weiter. Es geht steil bergab. Ja. Jo, Daisy's Piste. Das kann sich aber noch ändern. Verdammt. Was ist das denn? Ich hier gebasht. Also, ja, nach Winken geworfen, sozusagen. Stachypads. So. Hat er seine gerechte Strafe gekriegt? Ein Stachypads in die Fresse und Schluss ist. Fack dich, Peach! Danke schön, du auch. Ach, schon wieder die Tunte. Ich kann nicht mehr. Nicht noch ein Stern. Ich meine Peach. Ja, das machen die mit Absicht. Wer hat denn hier super schwer hingestellt? Die Cheaten. Hä, die haben noch nie so gespielt. Von WTF? Wer hat denn so schwer hingestellt? Das ist halt die, oder? Haben die noch nie gespielt? Hätte ich das nicht mal durchgespielt. Ich hab's gewischt. Du bist eigentlich normal hingestellt, was nochmal... Ja, normal! War noch nie normal eingestellt. Und jemand hat hier schwer hingestellt. Es war noch nie normal eingestellt. Das war immer... Nein, ich hab noch nie normal eingestellt. ich bin mal nicht so ein guter Mario-Fahrer Ah nein! Knochenboser! Du Pisser! Seit wann driften die Beile leicht? Fucking Kackschild! Nein! Ich will vierter Platz bleiben! Verdammt, ey! Wir haben voll versagt! Ach man! Oh man! Wegen dieser blöden Wolke! Du hast auch mal vierter! Dieser blöde Knochenboser! Ich bin schon fünf Tage! Du alter Scheiße! Auf den vierten Platz geklatscht worden! Geworfen, keine Ahnung. Ist das doch nicht wahr? Ist das doch nicht wahr? Das kann doch einfach nicht sein! So, dann werden wir, glaube ich, das nochmal überprüfen. Also, ob es schwer ansteht, oder? Ja, muss doch sein! Ich glaube, das war eine Abkürzung, oder? Ja! Aber die ganz schwere! Ja! Okay! Erster Platz! Und... Ddk-Kong hatte... Ja! Pech gehabt! mit die aber ich hab leider kein nein bitte kein Stabilanzer bitte nicht hier auf verdammten Pils ich bin hier untergeflogen ist ja nicht so toll das ist so toll im neun war ja so klar, wer legt denn da Banane hin? B ich war gerade 2 Wer ist denn du? Ach, ne, ja, nicht ruhig Kann doch nicht sein? Nein! Fahr, 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 fahr! oh, nein Haben wir trotzdem geschafft Oh, der Part 8, wir machen nur eine Strecke Die letzte Strecke, bitte Essen hier ist laut, Piste 3 Das kann ja Spaß werden nicht so ein großer Spaß am Anfang geht sie wieder voll ab Volltreffer! Mann, was soll denn das? Ja, wie Mario, du stinkst nach Kacke! Ja, du Hochknocko! Oh, Sixterer! Nein, so! Ach, ihr seid doch Hardcore-Player! Tschüss! Die dumme, der rote Panzer ist ja auch so dumm und färbt genau auf die Röhre zu und geht dann kaputt! So, wirklich! So, jetzt hab ich bei den anderen Spur-Panzern einen Knochenbosen verspendet! Mann, Alter! Geh nach Hause, du! Boah! Schnapp! Yeah! Schnapp im Panzer! Und abkratzen! Nein! So, mal hoffen, dass jetzt nicht noch ein Missgeschick kommt! Ja, das wäre scheiße! Komm, nicht! Nun kann's auch rollen! Nein, ich hab... Fick dich, ich fahre! Nein! Was will ich denn mit einem goldenen Pritzel... Ach man, ey, ihr seid doch alle blöd! Sogar Diddy Kong! Gib mir einfach... Ja, nicht alle! Und ich... Das kann nichts mehr werden! Vierter Platz... Und... Zehnter! Ach nee! So schlägt er ja noch nie! So schlägt er ja noch nie! So schlägt er ja noch nie! So schlägt er ja noch nie!